Ja, Hallöchen zusammen! Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Pummel, Puponcho und Vivilon bekommen könnt. Hier seht ihr die Habitate, in denen Pummel überall vorkommen kann. Und hier seht ihr noch die Habitate, in denen Puponcho überall vorkommen kann. Ich bin jetzt in der südlichen Zone 1. Hier hat Pummel in Wiesenbiomen eine 60% Spawnrate und Puponcho hat hier in Blumenbiomen eine 30% Spawnrate. Für Vivilon bin ich in der nördlichen Zone 3, denn in Blumenbiomen hat es generell eine 30% Spawnrate und somit kann man das hier sehr gut fangen. Soviel ich weiß, gibt es in Karmesin und Purpur bisher nur das Fantasiemuster von Vivilon. Entwickeln tut sich Pummel ganz normal einfach per Level ab, ab Level 9 und Puponcho entwickelt sich dann ab Level 12. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris, Athen. Auf Wiedersehen!